Musik Ausgangspunkt für die gescriptete Methode ist nach Abschluss aller Vorarbeiten eine fehlerfreie Aufnahme des Textes mit Skript und, wenn gewünscht, ein Videoclip des Sprecherbildes. Diese beiden Dateien müssen nun noch mit der Präsentation verknüpft und synchronisiert werden, damit der Folienwechsel auch an den richtigen Stellen stattfindet. Dazu benötige ich wiederum einen Computer mit der Präsentation im Präsentationsmodus. Zusätzlich sollte der gesprochene Text ausgedruckt mit den Markierungen zum Durchklicken der Präsentation bereit liegen. Zum Aufnehmen benötigt man ein Videoschnittprogramm, zum Beispiel Camtasia. Damit erfasst man die Bildschirmpräsentation beim Durchklicken. Allerdings muss man den aufgenommenen Ton mithören können. Am besten geht das über das Smartphone. Ich zeige dieses Setting mal kurz. Die meiner Erfahrung nach größte Hürde bei der Erzeugung von AirVideos liegt in der Aufnahme des Textes. Nicht jedem gelingt es, einen Text frei einzusprechen und das schon gar nicht. In Camtasia habe ich nach Abschluss der Arbeiten drei Spuren. Meinen Screencast, also die durchgeklickte Präsentation. Die vorab aufgenommene Audiodatei, die ich importiert habe. Und, wenn gewünscht, die Videodatei mit dem Sprecherbild ebenfalls importiert. Die Spuren muss sich eventuell noch ein wenig gegeneinander verschieben. Das geht aber sehr schnell und ist relativ einfach. Nun noch abspeichern, eventuell am Anfang und am Ende überflüssiges Material löschen und als Video veröffentlichen. Auf den ersten Blick denkt man, oha, ganz schön aufwendig. Allerdings bekommt man ganz schnell Routine und das Ergebnis, denke ich, kann sich sehen lassen. Die meiner Erfahrung nach größte Hürde bei der Erzeugung von AirVideos liegt in der Aufnahme des Textes. Ohne Studiotechnik im Office-Setting. Im sechsten Teil meiner Videoserie gebe ich Ihnen noch einige Tipps zur Gestaltung. Wie gesagt, immer aus meiner Erfahrung mit Lehrvideos. Im sechsten Teil meiner Videos.